Da darf ich wieder mit euch live sein. Natürlich wird das bei Twitch aufgenommen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Copyright später aussieht bei YouTube. Und zwar kam mir die erste Doku auf Englisch ganz gut an und ich habe so viel Englisches liegen, weil die Überschneidung, die ich mit England hatte, mit Australien, USA, besonders in der Neonazi-Szene und natürlich auch die Rocker-Szene, die aus den USA überhaupt erst gekommen ist, werden wir dann regelmäßig auf diesem Kanal behandeln. Also schön, 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 dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, wir dürfen diese Zeit zusammen verbringen. Ich liebe es gerade hier in meinem Büro zu sein. Es ist draußen tolles Wetter, aber das gehört mit dazu und deswegen hoffe ich, ihr könnt auch ein bisschen das Wetter in diesem Sommer genießen. Also dann gucken wir hier mal rein, einmal Ton aus. Läuft alles, da die ersten zwei sind mit dabei. Drei, vier, fünf, ihr kommt rein. Schön. Also, die Original-Doku heißt The Murder of an American Nazi, 60 Minutes, ich glaube von CN, CBS News ist das und das werden wir heute behandeln, wieder mit Untertiteln. Also, ich werde natürlich nicht simultan übersetzen. Ich denke, die meisten von euch sind des Englischen mächtig, ansonsten kann man sich das auch ein bisschen zusammenreizen. Zusammenreimen. Also, liebe Leute, es ist so, dieser Mord, mit dem habe ich mich schon beschäftigt, damals, als ich selbst noch in den Rocker-Zeiten war, weil ich, Grüße nach Lübeck aus Stodo, habe ich mich damit beschäftigt. Das ging damals auch durch die Medien und weil ich auch zu der Gruppierung, zu der der Mann hier gehört, der war in der NSM, National Socialist Movement der USA, mit denen ich auch Geschäfte gemacht habe, als Rechtsextremist in der Neonazi-Musikszene, habe ich mit denen Geschäfte gemacht. Mit dem Mann, der hier erschossen wurde, habe ich direkt keine Geschäfte gemacht und sagte mich zu dem nicht, aber das ging natürlich rum, weil der Sohn hier den eigenen Vater erschossen hat. Ich glaube, die Freilassung seines Sohnes steht bald an, das kann ich schon mal spoilern, aber wir gucken jetzt gleich zusammen in diese Doku rein. Und das ist vielleicht auch mal ein Beispiel, was es bedeutet, wenn man Kinder zu Neonazis erzieht, wenn man sie mit Waffen, mit Militarismus, mit einer Ablehnung gegenüber Menschen erzieht und sie nicht freiheitlich, demokratisch leben lässt, wie sie es wollen, lieben, wen sie wollen, leben, wie sie wollen, sich frei zu entfalten, ihren Weg alleine zu finden, sondern wenn Eltern Kinder dann indoktrinieren, sie beeinflussen in irgendwelche Extreme, weil die Eltern selber darin verloren sind, ist das hier natürlich das Ultimo, was passiert. Und ich hoffe, ihr gönnt euch mit mir jetzt diese Doku, ich lasse es mal laufen. Wie gesagt, Amerika ja immer ein bisschen mehr in the drama, aber wir schauen jetzt mal rein. Vielen lieben Dank, dass ihr auf dieser Reise mit dabei seid, Leute. Attack! Ja, immer wieder krass, also Riverside, Kalifornien, Vater von fünf Kindern mit zwei und drei Kindern. Seit drei Jahren Arbeit suchen, arbeitslos und ja, auch jemand, der sich dann so dieser angeblich politischen Arbeit, Neonazis ein, in den USA Vollzeit widmet, um dann dort den sogenannten Rassenkrieg durchzuführen, vermischt sich für mich immer, wenn ich auch in die USA geguckt habe und das ist ja auch in Deutschland dann so gewesen, dass ganz viele, die dann sich dem politischen Kampf gewidmet haben, komplett dann auch in so eine Art Abhängigkeit des Staates, den sie eigentlich abschaffen wollen, gefallen sind. Ich glaube, mein Freund Axel Reitz bezeichnet sich immer, er war ein etwas besserer Assi, der Politik gemacht hat. Das ist ein freies Zitat, tut mir leid, dass ich das so gesagt habe, Axel, aber er wiederholt es immer wieder so. Ja, oder ein arbeitsloser Penner, der irgendwie Hass verbreitet hat. Das trifft es immer sehr, sehr gut, was viele von denen dann angeht, die dann dort so, ja, drin verloren sind, damit kenne ich mich ja auch aus. Ich hatte ja noch den Unterschied, dass ich mein Geld in dieser Szene, in der Bewegung verdient habe und dadurch dann eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hatte. Und ja, netter, junger, sympathischer Mann, den wir hier sehen. Ja, ich habe es schon gespoilert, sein eigener Sohn hat ihn erschossen aus ganz kurzer Entfernung. Wir kriegen ein bisschen Bildmaterial von dem, was er hat mit seinen Leuten. Ja, ähm, ähm, genau, also Restless schreibt gerade, läuft wieder bei den Armys, äh, Gunstone kill people, people kill people, so ein Bullshit, die Verfügbarkeit macht den Unterschied. Genau so ist es. Wir wissen alle, dass die, dass nicht die Waffen töten, ja, aber der Mensch dahinter, aber wenn man sie da hat. Ich will gar nicht wissen, was hier los wäre, wenn jeder Idiot hier eine Waffe immer am, äh, am, äh, am Gürtel hätte, im Halfter, äh, äh, ganz, ganz schlimm. Ja, genau, John Doe, sein Opa hat bestimmt auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft in Berlin in den letzten Tagen, genau, und, äh, und noch, äh, sich vor, äh, Blondi geschmissen, vor Hitlers Hund, äh, genau, die Amis haben immer ganz, ganz, äh, krass, äh, äh, kleine, kleine Geschichten liegen den Amis nicht, ja. Ja, das ist so ungefähr so, ähm, wie Peter dem Ersten von König von Deutschland, ähm, einfach die Reinkarnation von, äh, Müllermeister, äh, 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 Aber wenn du... Klar gibt es Unfälle, aber wir reden hier nicht von einem Unfall. Hältst deine National Socialist Movement Treffen in dem Haus ab, wo Frau deine ganzen Kinder sind, lädst deine Nazi-Kumpels ein, um dann dort Hass zu verbreiten gegen Minderheiten, Weltverschwörungen gegen den Staat und so weiter. Und die Kinder sitzen da mittendrin und spielen, während Papa über Rasse und Nation spricht mit dem SS-Totenkopf auf dem T-Shirt. Und Gott sei Dank ist es bei mir nicht so gekommen, dass ich versucht habe, Kinder zu indoktrinieren. Ich gebe es aber ganz ehrlich zu, bevor hier der große Moralapostel-Schlag gegen mich kommt und sagt, ja Philipp, Moralapostel, muss ich sagen, Timo, muss ich sagen, ich glaube auch, ich hätte Kinder auch rassistisch erzogen, so hart das klingt. Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich das überwunden. Bitte erzieht eure Kinder nicht zu Rassisten oder Neonazis. If you find this image disturbing, consider this one, taken two weeks earlier. A Neonazi-Rally on the streets of Trenton, New Jersey. Whose streets are free? Whose streets are free? Whose streets are free? In all? Jesus! Jeff Paul. Whose streets are free? Whose streets are free? Whose streets are free? Wie so, geht es nur mir so, wenn man sowas guckt, dass man sagt, oh, cringe sein Vater. Auch das muss ich sagen, immer diese eigenen geschaffenen Uniformen, dieser Amerikaner, eine Misch aus irgendwie Racial, Südstaaten, Redneck, Waffen-SS, Wehrmacht, Kaiser. Oder, das ist so, da habe ich schon immer rauf geguckt und habe gesagt, wow. Aber, die amerikanischen Neonazis, besonders auch die Bands, haben eine riesen Ausstrahlung auf deutsche Neonazis, die da immer gerne hinreisen wollen, die ja teilweise dann da nicht hin dürfen. Ja, dann kommt Jammer, Jammer. Ja, Amerika, das Schlimmste, was es gibt. Aber Urlaub würde ich da gerne machen. Ja, ich würde gerne mal New York sehen, Los Angeles und so weiter. Haben trotzdem ein gewisses Standing. Man weiß aber, dass die meisten Amerikaner da einfach so politisch nicht so auf Linie sind. Es hat viel mit dieser White Power Bewegung halt zu tun. Wow, you know where to find me. Okay, was steht da? Bleblan? So, Bleblan? Oh, so sehen Amerikaner aus, amerikanische Neonazis. Mit denen hatte ich auch zu tun. Okay. Da hat ein zehnjähriger Sohn seinen Vater erschossen. Oh, krass. Ja, weil die die Kinder als Neonazis erzogen haben. Na gut, das ist nochmal so das Info. Danke für den Kaffee, mein Schwarz. Dankeschön. Und, ähm, ja, ist es halt amerikanisch, ne? Schwarz-Rot, Gold, Hagenkreuz, Keltenkreuz, irgendwas anderes, auch eisernes Kreuz, dann bla bla oben. Bla bla, hk, ja, äh, vier Lows, ne? Und dieses NSM-Logo da, amerikanische Flagge, Hagenkreuz, NSM in der Mitte. Ja, da ist natürlich viel los, ne? Und sich selber auch einfach mal zum SS-General machen, ne? Also, äh. Ja. Könnte man denken, ist dann irgendwie so Iron Sky schlecht nachgemacht, ne? Dieser Film mit den Nazis auf der dunklen Seite des Mondes. Ähm. Das ist aber auch mein Umgang gewesen, ne? Ich hätte mich mit denen auch getroffen, wenn ich in die USA hätte reisen dürfen. Als Neonazi wäre ich da auch hingefahren und hätte gesagt, ja, Mensch, äh, schauen wir uns das mal an. Und da hätte ich mich hier mit Captain Eye auch, äh, Captain Eye auch getroffen. 500 Member, muss man auch immer sagen, in den USA, das ist ein Misch an Leuten, die da sitzen, ne? Dieses, dieses ist, man könnte, man könnte denken, es ist irgendwie so eine Art, wenn man die Hakenkreuze weg macht, könnte man dann denken, es ist so eine Art, ja, Fasching, Fasching für Faschos, Fascho-Fasching. Ein weißes, nicht-semitisches Amerika sein würde, non-se... Äh, also antisemitisch natürlich, ähm, White Power 88, Smart Ass, White Boy. Ja, dieser Aufkleber kam natürlich auch nach Deutschland, ne? Rock Against Communism ist dann so eine englische Sache, glaube ich, durch Ian Stewart, ähm, erfunden. Der Sänger von Screwdriver, Blood & Anna Gründer. Uff, naja, da brauchst du aber Platz auf der Bomberjacke, ja, 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 da musst du schon... Vielleicht, vielleicht hilft da auch, äh, McDonalds bei, dass man dann eine größere Bomberjacke kaufen kann. Ich kann das gar nicht gucken, ohne da... Was meint ihr? Wetten, der hat sich den Orden selber verliehen? Was ist ein Ordenwert, den man sich selber verleiht? Pete Mitchell, grüß dich, mein Freund. Da geht der Trend zur Zweitbomberjacke, das ist auch lustig. Wetten, der Orden ist selber verliehen worden. Hiermit verleihe ich mir selber den, äh, den höchsten Orden des National Socialist Movement, äh, Kämpfer, Kämpfer, äh, Proud Ass, White Boy. Ähm, hiermit verleihe ich mir den ganz, äh, feierlich. Da sagt jemand anderes, äh, äh, ja, den hat er doch zu Hause in der Garage selber zusammen gelötet. Da sagt jemand anderes, du hast einen Orden, dann brauch ich zwei. Zwei. Bist du so, so wie die, ähm, ich finde es ja auch bei den, äh, bei den Russen, oder in der DDR gab es ja auch für alles einen Orden. Und sie waren pünktlich bei der Arbeit, sie sind der Held der Arbeit. Ja, also, äh, da gab es ja auch Uniformen, wo ich gedacht habe, oh Gott, was muss diese Jacke wiegen damit? 200, ähm, 200 Kilo muss diese Jacke wiegen mit den ganzen Orden dran. Ja, Ian Stewart, äh, hat auch vieles beigetragen, dass der Ami kam, rüberkam. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh... Ja, die sind nicht echt, die haben keine Bauchtaschen. Hahaha. Ja. Ja, ist so. Das ist ein sympathischer, charismatischer, ja, ja, wenn du 500 Mitglieder hast und du hast, du hast schon 50 Staaten, dann brauchst du natürlich auch irgendwelche Führer für Utah, California, Arizona, ja, und dann schnell, äh, wo man vor der Kamera steht, die anderen schreien sie kalt, dass man dann schnell noch mitmachen kann, oder? Halt, 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 Das wurde teilweise, ähm, ich erinnere mich, Anfang der 2000er kamen dann so die Bands auf, äh, Final War, Youngblood, ähm, so Aggravated Assault, ähm, wer hat das noch so geprägt, die Bands for Glory war natürlich schon viel, viel, äh, viel, viel älter, ähm, die dann so rübergeschwappt sind, und, äh, da fanden das alle auch, also so die, die, die deutsche, äh, nationalsozialistische Musikszene, fand das auch ganz toll, wenn immer so, Sieg Heil, Sieg Heil, so mit amerikanischem Akzent, das wurde dann auch immer mitgebrüllt und so weiter, äh, ja, hat nach wie vor eine riesen Einfluss auf die Musikszene in Deutschland, äh, sozusagen amerikanischer Neonazi-Rock, ist aber, glaube ich, immer schwieriger zu importieren, dass es ein Geschäft gemacht wird, Panzerfaust Records wurde ja dicht gemacht, mit von Anthony Pierpont, der dann, wo sich herausgestellt hat, dass er eigentlich ein, äh, Halb-Mexikaner ist oder Mexikaner ist, äh, da gab es dann auch, äh, Kokain-Probleme, dann Panzerfaust weg, ich glaube, Resistance Records gibt es die noch, und dann Mice-Trap weg und so weiter, also die, 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 die ganz großen Business-Player sind dann halt auch in den USA weg. Bild wurde von Julie Plattner, ein Filmmacher und Fotografer, der konnte, die NSM-Fahrung zu erhalten, wie Sie das tun, Herr Julie? und Sie kamen in der geöffneten Welt von privaten Gesprächen. Sie quickly honed in on Jeff Hall. Jeff, das ist mir. Jeff. Ja. Das ist so cool. Jeff Hall cultivated a sense of family among his new recruits. Ja, we did good! Holding his monthly meetings at his house with the kids around, including his son, Joseph. These gatherings were a strange mix of Nazi propaganda, and that's how we apply what we learn from Mein Kampf. And Partygames. I got all the right answers, guys. Happy birthday! A birthday celebration topped off by... Das ist halt, das ist halt... Ja, war das nicht ein Latino? Hätte ich jetzt auch so einfach mal so rechts am Tisch gesagt. Ich wollte ihn jetzt nicht äußerlich so... Aber als ehemaliger deutscher Neonazi hätte ich damals gesagt, okay, na gut, Amerika halt. Ja, aber irgendwie Partyspiele, Pingpong, ähm, dann Rassenlehre, dann Stikal in der Küche zum Kuchen. Das ist, ähm... Das macht was mit Kindern, ne? Das macht was mit der Familie. Ähm, und wie gesagt, vorher wurde Jeff Hall beschrieben als, äh, junger, sympathischer, charismatischer Typ. Wer sich so beschäftigt und so umgeht und auf die Straße geht, über Stikal brüllt und Leute hasst, der kann zu Hause kein liebevoller Vater sein. Das behaupte ich einfach immer wieder. Also, ähm, das ist einfach so. Ja, zum Teil kann man die Nazi-Fasching ja schmunzeln, aber dahinter stecken extrem verwirrte Gestalten mit schwerer Bewaffnung. Ähm, genau so ist das. Also, man guckt da so rauf, aber das sind alles Leute, die teilweise schwerst bewaffnet zu Hause sind, äh, genauso wie Rechtsextremisten hier. Ähm, ich erinnere mich an Storys, die Kameraden mir erzählt dann auch von teilweise Leuten, die ausgestiegen sind, die mir heute immer noch wieder berichten, die auch bei, bei amerikanischen, äh, Neonazis zu Hause waren, bei den Bands, die teilweise zu Hause, ähm, zwischen 50, 60, 70, äh, schwere Gewehre zu Hause hatten in ihren Keller. Also, einer von einer sehr, sehr bekannten Band, Born for Glory, äh, einer der Typen von der Band, hatte zu Hause einen extra, äh, Keller für Waffen. Also, wir reden ja wirklich über, äh, über auch eine sehr, sehr große Gefahr, auch wenn wir hier so aus Deutschland da manchmal raufgucken. Aber muss man auch sagen, wenn Amerikaner jetzt hier auf eine Demonstration, äh, äh, gucken von, von deutschen, äh, Neonazis, die sich da als Elite irgendwo hinstellen, dann mit 30 Leuten und sagen, wir müssen jetzt Deutschland befreien und wir sind die Elite, da kann man auch raufgucken und sagen, äh, 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 ja, da gucke ich auch rauf und sage, wow, Germany. Very nice Germany. Nice, very nice. Jeffs mother, Joanne Patterson, went to some of her sons' meetings, despite abhorring her sons' politics. I wanted to make sure it was okay for my grandkids to be there. I had a great time. It looked like any barbecue in any backyard in America. Ja, das kann sich die liebe Oma oder Mutter ein bisschen doll, äh, doll hindrehen. Ist ein barbecue, äh, like, like everywhere in the backyard, in the world of America, äh, the USA, äh, äh, swastika, hate, äh, race, power, white power, äh, Hitler, Sieg Heil. Ähm, glaube ich nicht, dass das ein typisches Barbecue ist in jedem Hinterhof in den USA. Ähm, es ist einfach, äh, Kinder aufwachsen zu lassen in einer hasserfüllten Atmosphäre und sie dazu zu erziehen, Menschen schon von Grund auf zu hassen, einfach, äh, ist einfach durch und durch, äh, falsch. Punkt. Nicht nur Nazi, Nazi-Leader. Der hat vier Staaten regiert mit 16 Mitgliedern. Ja, das ist so, wenn du im Leben mal nichts mehr hattest, wenn du im Leben nichts mehr hast als das, wie bei mir, ich hatte, ich hatte nichts mehr als das und dann war ich halt stolz auf, dass ich da so eine Assi-Kameradschaft geleitet habe und ich war der Assi vorneweg. Ja, wenn du nichts hast, dann bist du halt stolz drauf und dann verkaufst du es deiner Mutter halt auch noch und sagst so, äh, guck mal hier, was ich geschaffen habe hier, guck mal, das sind meine 20 Leute, die zu uns nach Hause zum Barbecue kommen. Dann sagt Mama, ja, toll, toll, dass du diese Gruppe leitest. Das ist halt ein verirrter Blick, der, oder verzerrte vielleicht, vielleicht ein verklärter Blick der Mama auf ihren Sohn. Ja, ich kann es nur sagen, wenn man die Bilder hier, ja. Ja, amerikanische Neonazis ist halt. Und das ist Ordinary. 10-Jähr-old Joseph war in und aus der Haus. Komm mir aus, Mann. All the kids work. Dad even took some of them to see his Nazi glow-in-the-dark T-Shirt with its SS Insignia. Nazi glow-in-the-dark Insignia. Come on, kids. Look at my T-Shirt. Hier, hier ist Daddy. Weapon SS, Weapon SS. Ja, denkt man jetzt nur Amerika. Ich kann euch das sagen, was meint ihr, was in vielen völkischen Familien, die da jetzt in diesen Dörfern wohnen, die zu Hause hier Kinder rassistisch erziehen, was meint ihr, was da rumsteht? Von Hitler büsten, nicht bürsten, nicht Hitler bürstet, büsten. Bilder, Fahnen, irgendwelche Andenken, Relikte aus dem Dritten Reich. Das ist Klimm-Bim in deutschen Neonazi-Haushalten ähnlich. Das ist einfach so. Das ist die letzte Bildung von Jeff Hall live. Nachdem die Leute die Nacht verlassen, hat die Familie ein Film, Yogi Bear, als Jeff slept auf dem Couch. Das sind halt, du machst tagsüber halt, du machst tagsüber Rassenpomaganda, hier guck mal, mein leuchtendes Waffen-SS-T-Shirt und danach guckst du Yogi Bear. Du kannst aber aus dieser Gedankenwelt, du kannst aus dieser Gedankenwelt dann aber auch nicht so aussteigen. Es ist, es bleibt, es bleibt im Kopf, es bleibt der Hass. Ja, jetzt ist Yogi Bear schuld, ja, so ungefähr. Das ist immer wieder, ich erzähle das seit 6, 7 Jahren bei YouTube, erzähle ich das und sage, du kannst nicht tagsüber, du kannst tagsüber nicht ein hasserfüllter, krimineller oder Extremist sein und so weiter und dann 19 Uhr einfach nur der liebevolle, entspannte Familienvater sein. Wer das behauptet, der lügt. Der lügt. Du hast trotzdem im Hinterkopf den ganzen Kampf, Geld, Macht, was ist mit dem Bullenstaat, was ist mit der Gruppe, was ist mit anderen Gruppen, was ist da, du kannst kein normales Leben dann leben, wenn du in diesem Milieu schon unterwegs bist. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, ich wünsche niemandem da den Tod 4 Uhr nachts geht der Junge los, holt eine Waffe und erschießt seinen schlafenden Vater auf der Couch. Das ist kein Unfall und das ist auch kein, da kann man nur drüber spekulieren, was da irgendwie unterwegs war. Also kein 12-Jähriger, wir haben selber einen 13-Jährigen zu Hause, kein 12-Jähriger, mit dem ich auch, die ich auch in Schule kennenlerne. Es gibt diese Ausnahmen, die wir gerade auch in Deutschland gesehen haben, wo dann schwerste Gewalttaten passieren, es ist aber immer noch die Ausnahme und das ist auch gut so. Und ja, wer Hass sät, wird Sturm ernten, ja. Ja, da muss das Leiden schon maximal sein. Das ist natürlich schon speziell, dann nachts aufzustehen und seinen eigenen Vater zu erschießen. Detective at the scene after the murder, is that correct? That's correct. Detective Greg Rowe saw Jeff Hall dead on the couch. He says little Joseph, who was found hiding upstairs under his covers, described calmly, how he had gotten the family's Rossi 357 Magnum from his dad's closet. Went downstairs. Tja. Guck mal, Leute. Ich will ja gar nicht, ich will gar nicht wissen, was da zu Hause los war. Aber dann versteckt sich dieser Joseph mit seinen 10 Jahren, 10 ist der, 10, 12 habe ich vorhin gesagt, ausgesehen. 10 Jahre alt und versteckt sich unter der Decke in seinem Zimmer. Ja, da weißt du, da weißt du irgendwie, was Schocktraumatisierend ist, wenn du dann beschließt für dich als 10-Jähriger nachts um drei aufzustehen und sagen, ich beende jetzt das Leben meines Vaters. Ich hole die Waffe aus einem ungesicherten Schrank, muss ja irgendwie so passiert sein. Holt die Waffe, geht runter und schießt dann auf der Couch, läuft dann nach oben in sein Zimmer und versteckt sich unter der Bettdecke wozu Hass führt, Verfügbarkeit von Waffen führt, ist hier zu sehen und zu spüren. Wow, mit vier Fingern den Hahn gespannt, mit zwei Fingern abgeschossen und die Knarre direkt ans Ohr gehalten beim Kopf. Da ist Hass im Spiel, ne? Also da ist, da muss Leid im Spiel gewesen sein, ne? Das ist, ist nicht ganz unüblich, dass auch so in den USA, kann mir vorstellen, dass so ein Vater auch mit seinem Sohn schießen war. In den USA, da gibt es Videos hier bei YouTube oder sonst irgendwo bei Twitch, da kann man sehen, dass da teilweise Kleinstkinder mit Waffen schießen und so, mit pinken Kitty-Kitty-Kat-Gewähren in blau-rosa und sonst irgendwas. Ja, Rest, das schreibt auch gerade Save, der war ballern mit seinem Kind und so weiter, ja. Das ist, Waffe gegen das Ohr packen und abdrücken, da ist tiefer Hass drin, da ist tiefer Hass. Tief, tief. Okay, Also, es gibt nicht einen Ansatzpunkt, dass das aus Versehen passiert ist, dass das ein Unfall war, sondern, dass es hier mit Vorsatz passiert ist, muss man auch sagen, wenn du, wir sind ein bisschen, hätte, hätte, Fahrerkette und hypothetisch wenn du dann schon in jungen Jahren mit Waffen konfrontiert bist in den USA, dann weiß so ein Kind auch, okay, wenn ich da raufdrücke und die spannen so den Hahn und dann drücke ich ab und da kommt eine Kugel raus und ich halte das gegen das Ohr und die Kugel fliegt dann raus, das versteht auch ein das versteht auch ein Zehnjähriger, inwiefern da Schuld und Schuldfähigkeit ist, können wir nachher gerne noch darüber diskutieren, aber da, also ist kein Unfall gewesen. Ja, God of Chaos, ich finde die Spekulierung, es wirkt halt so, dass es sich um häusliche Gewalt geht, gibt ja leider auch genug Kinder und Frauen, weil keine anderen Wege mehr sehen, ja, geht, frisst es hin, okay, Angst frisst her jetzt, ja. Wird dann dort hingebracht, in seiner Größe haben sie keine Turnschuhe oder kaufen sie einen Turnschuh und fragt, ob er die Turnschuhe behalten kann. Das sind natürlich Kommentare von Kindern, da ist, da passiert natürlich zu Hause was. Du kannst dich vor deinen Kameraden natürlich so darstellen und sagen, ich bin hier der liebe, der liebevolle Neonazi-Kameradschaftführer der NSM mit meinen fünf Kindern, meine Frau und hier Happy Birthday, seek help und dann ist zu Hause höllelos. Ich habe es zu oft erlebt, was in Familien, die sich nach außen dargestellt haben, als wenn es gut ist, bei unserer Familie. Wusste man, dass ich als Bastard-Nazi unterwegs war? Ich habe zu viele Familien kennengelernt, wo es dann so getan wurde, als wenn alles okay ist und man wusste, in der verschlossenen Türen das eigentlich die Hölle für Frau, für Kinder. Ja, aber sowas politisches spielt in den USA keine Rolle, ne? Also, ich würde mal gerne wissen, ob in dem Gerichtsprozess das überhaupt eine Rolle spielt, dass der Vater Neonazi war oder sonst irgendwas, absolute Religionsfreiheit, absolute Meinungsfreiheit. Wenn du hörst, dass ein Vizepräsident der Head der lokalen Nazi-Organisation war, hast du dir einfach gedacht, dass das etwas mit dem zu tun hat? Wenn ich es erst hörte, dachte ich, es muss eine Verbindung mit Nazi-Viehen, mit Fäden, mit Weapons, mit Violence. Hate-Speech? Hate-Speech. Ja, sure. Ja, Frage ist, welche Rolle es für dich ist. Frage ist, wie das dann eingeflochten wurde, ne? Oh, okay, so doll. Oh Gott, oh Gott. Was habe ich denn gemacht? Das tut mir leid, das habe ich wirklich gesehen. Ich habe es jetzt selber nicht gecheckt. So. Gott, was war denn da los? Gott. So, Dankeschön. Keiner sagt es vorher. Und, ähm, okay. Nur mal so, Gelbwurst, die Amis pro Jahr und Koch circa 10 Mal so viel Schusswarpentode haben wir wie hier. Hat mich weniger vor, dass ich tat, dass wir in Deutschland pro Jahr sogar 900 Tote durch Schusshorten haben, ich hätte mit viel weniger bei uns hier gerechnet. Ähm, Cosplay mal anders, ja. Ja. Ja, muss man natürlich sagen, 2010 oder 2011 ist es glaube ich passiert, 2008 die Baubranche, Wohnungsmarkt in den USA natürlich komplett zusammengestürzt. Wir haben die Auswirkungen Lehman Brothers mitbekommen, auch in Europa, in den USA sehr, sehr viel zusammengebrochen und dann arbeitslos geworden. Irgendjemand muss Schuld haben, irgendjemand bereichert sich auch in den Krisen und das kann natürlich dazu führen, dass man sich damit beschäftigt, okay, wie kann das sein, dass ich hier als Weißer, als Ur-Amerikaner darunter leide und die Scheiß-Bonds und Scheiß-Kapitalismus, die Juden haben Schuld, die haben Schuld, da sucht man natürlich danach irgendwie, irgendjemand muss Schuld haben, an meinem Leid jetzt, an meiner Situation, dass ich mit meiner Familie hier durchhänge und dann geht es natürlich ganz schnell und das ist in den USA so, glaube ich, da wird es dann ganz schnell ganz krass weil du alles halt zeigen darfst, ne, dann geht es halt gleich von, hier, ich bin ein bisschen Rassist, dann muss aber auch gleich das Hakenkreuz her, dann muss es gleich ultra krass sein. Ja, einfache Lösungen sind immer noch die besten, auch in Krisenzeiten, ja. Armut so oder so, Zukunftsängste befeuern natürlich die Möglichkeit in irgendwelche Extreme und Armutsbedrohung oder in Armut zu leben ist eine ganz fürchterliche Sache, ich glaube in den USA, ne, das Sozialsystem in den USA ist nicht vergleichbar, oft wird ja auf Deutschland rumgehackt, aber man muss sagen, in Deutschland muss niemand auf der Straße leben oder muss ohne Geld auskommen, da bleibe ich bei, wenn du dir ein bisschen Hilfe suchst, wenn du es alleine nicht mehr schaffst, gibt es Organisationen, die dir helfen, da zumindest die Amtgänge und so weiter zu machen, dass du ein Dach über den Kopf kriegst, irgendwann, das funktioniert, da braucht mir keiner was erzählen, dass es auch dann auch Hartz IV zumindest gibt, auch die Absicherung hier mit fünf Kindern und so weiter, wäre in Deutschland natürlich eine ganz andere Sache, was in den USA natürlich ganz anders aussieht, ne. Okay, mitbekommen, ich habe 2009 bei einem Lieferanten in Italien gegessen, die waren fast vor dem Heulen, die haben 50, 40 Umsatz damit in den USA gemacht, ja. Jeff lived in the inland empire, a vast stretch of California desert east of L.A. It was among the worst hit when the real estate market crashed, ranking fifth in foreclosures nationwide. Entire communities became ghost towns. Unemployment reached 15%. Jeff was poor and angry with time on his hands when he came upon Jeff Scoop. Jeff Scoop, Jeff Scoop, kenn ich selber noch? Jeff Scoop, lange her, Alter. Jeff Scoop und Jeff Schöp. Jeff Schöp ist ja auch raus, mit dem hatte ich mal Kontakt über Skype, aber der hat so irgendwie Paranoia hat der mit rüber gerettet, also keine WhatsApp, kein Telegram, keine irgendwie Kommunikation, nur Skype, dann ist das irgendwie eingeschlafen. Jeff Scoop, lange her, ich weiß gar nicht, NSM, ich glaube, er war auch in dem NSM Musikvertriebsservice mit drin, aber wir haben es gehört, wütend, arbeitslos, 50% Arbeitslosigkeit, alles in der Baubringer, ganze Geisterstätte entstanden, du brauchst halt jemanden, der Schuld hat und dann Rebellion, Gruppe finden, hier sagen die, hier pass auf, wenn wir alle rausschmeißen, wenn wir alle Latinos rausschmeißen, wenn wir alle Schwarzen rausschmeißen, wenn wir wieder unser Land haben, und von daher ist das natürlich ganz wichtig, da ein Feindbild zu haben für die aktuelle eigene Situation. Browning of America, Browning nicht die Waffe, aber ja, Feindbilder werden aufgebaut, dir geht es schlecht, weil die alle über die Grenze kommen, du hättest Arbeit und du würdest in Reichtum leben und deine Familie wäre glücklich und du wärst glücklich und daran haben die Schuld. Ja, Schuld an der Bankenkrise, um es leicht runterzubrechen, war Gier frissieren, jedem Deppen Kredite gewährt für irgendwelche Häuser, Geld gab's, Geld gab's von bis für alles, um sich drei Häuser zu kaufen, vom Jet Ski, Boot bis sonst was und dann auf einmal konnten die Leute Dinge nicht mehr bezahlen oder ein Bericht so und dann wurden die diese schlechten Values zusammengefasst, die wurden dann auch wieder verkauft an andere Banken, dann sind die geplatzt, bam, Fehler, Fehler im Kapitalismus-System, ne, und äh, huff Er ist der weiße, weiße Martin Luther King, Bist du Kleinkrimineller oder bei der Bank, ja, kleine Kriminelle überfallen eine Bank, große Kriminelle gründen eine Bank, wer war das, war das Bericht? War das Bericht? Ja, die machen zwar Jobs, die du nicht machen möchtest, aber schuld sind sie trotzdem, ja, also wir sehen hier den weißen Martin Luther King, der sich für die Civil Rights der Weißen einsetzt, eine ganz vergessene Gruppe in den USA. Civil Rights, also wir sind, wir sind eine harmlose Organisation, Zusammenschluss von weißen, white power, schwer bewaffneten Jungs, die einfach alle rausschmeißen wollen, die nicht unserer Meinung sind. Hey, bist du weiß und findest uns kacke, musst du trotzdem los, freiwillig, oder mit, das, das ist, die geben es wenigstens zu, die Amerikaner geben es wenigstens zu, dass sie sagen, oh, by force, ja, unsere, unsere Rechtsextremisten sammeln, ja, die Ethnien sollen alle dahin gehen, wo sie herkommen, und dann Rückführung, Rückwanderung und so weiter, aber wenn jemand nicht gehen will, dann kann man unsere Neonazis in Deutschland auch fragen, ja, was denn dann, Junge? Was passiert Korrekt. Er weiß, das wird niemals bald passieren, aber er ist vorbereitet. 10 white supremacists von verschiedenen Gruppen waren im Jahr 2010, inklusive 3 für den Kongress. Einen Kandidaten, die ein lokalen Offiz sucht, war Jeff Hall. Jeff Hall, also, dass sie das natürlich versuchen, da auch über Parlamente zu machen, da an den Kongress den Nah zu kommen, diese Versuche hat es immer wieder gegeben, ich glaube, die viel größere Gefahr bis jetzt ist darin, dass diese Gruppen sich zusammenschließen, Orte übernehmen, sich irgendwo zusammenraben und dann wirklich in einer Schwerstbewaffnung dann irgendwann mal losschlagen oder glauben wirklich, jetzt müssen wir uns erheben und dann in die USA geht es dann natürlich auch mit schwerem Gerät los. 30% der Stimmen hat er bekommen. Das ist das, dass das halt alles in den USA so möglich ist, dass einfach so schwer bewaffnete Bürger einfach mit Sturmgewehren an der Grenze patrouillieren und Leute aufgreifen und mag man sich gar nicht vorstellen. Also, ist so eine Situation, da bin ich froh, dass wir, wie wir in Deutschland leben, wie dann hier der Rechtsstaat funktioniert, dass die Waffenhoheit und Waffengewalt beim Staate liegt und die Gewalt hohe, also das ist, das finde ich immer wieder, ich war, es war mal, es war mal ein Traum von mir als junger Neonazi und so weiter auch, auch irgendwie dann so zu patrouillieren und dann auch mit so einer Bürgerwehr, mit 30 Leuten, dieses Bürgerwehr-Thema. Ralf, viel Spaß erst mal. Danke fürs Vorbeisein und das war auch so ein Traum von mir, also diese Bürgerwehr-Sache kam mir auch so während der Flüchtlingskrise 2015 auf. Wir begonnen, eine Bürgerwehr, so Tim Kahn-mäßig, überall den Brothers MC, überall wo Rocker und Nazis sind, da fühlen sich alle sicher. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Ich möchte den Jungs hier im Dunkeln nicht begegnen. Ja, mein son ist außerhalb der Börder, muss irgendwelche Menschen jagen. Ich will die Tonalität in so einem Jeep, in so einem Truck in den USA, wenn der mit seinem Sohn mit Nachtsichtgerät losfährt mit Waffen und sagen, heute Abend schießen wir ein paar Mexikaner oder so. Wow. Ja, da ging es der Ting der Titan, die reiste Muppet-Show. Will ich gar nicht wissen, was da in so einem Auto gesappelt wird, wie dem Kind dann gesagt wird, was... Was ist das denn hier? Michael Wittmann, alter Panzer von Michael Wittmann. Panzerführer Michael Wittmann als Bastel, als Bastel irgendwas. Oh, hier sitzen aber schon ein paar arische... Ja, wow. So was being exposed to all that hate and talk of violence the reason Joseph murdered his dad? You guys get your Glotz coffee and be ready to rock along the border. That's how we do it. The more we looked, the more we realized it wasn't that cut and dry. There might have been some things that we didn't know about Jeff that we wouldn't have liked. Megan Hall, Jeff's sister, says she hated her brother's politics but had always seen him as a model father. He was an amazing father and would do anything for his kids. Amazing, great, very, very big power, amazing, fantastic, American, ultra, alles muss very gross sein. Huge, great, amazing, Donald Trump talk. Egal wie die Schwester das hier auch hindreht, wer seine Nazi-Gruppe nach Hause einlädt und Sieg Heil am Geburtstagskuchen brüllt, ist kein liebevoller Vater zu Hause. Awesome guy. Ja, kann auch nicht sein, genau, wenn der Sohn zur Waffe greift und der Sohn mit zur Border Patrol muss und dann dort Mexikaner zu jagen und mit Sicherheit nicht nur dazu sagen, okay, wir unterstützen die Border Patrol und wir verhaften hier auf ganz zivilisierte Art und Weise, wenn es so ist, die Gesetze in den USA und verhaften Mexikaner, die illegalen Grenzübertritt machen, was nicht in meiner, in meinem Urteil steht, aber der ist da mit einem anderen Vorsatz hingegangen. Ja, ja, genau, Nikolaus 1797, Hitler war auch ein guter Hunde, halte, wenn man seine Gesinnung und alles andere weglässt. Ist so, genau so. Ja. Ja, ich denke nicht, dass es so war, dass er den nur angeguckt hat, dass er sein Held ist. Ich finde, so schon ist da keine sympathische Ausstrahlung, oder? Wirkt schon ein etwas düsterer Typ. Und ihr kennt alle meine alten Bilder, wie ich aussah, ja. Also immer wieder ist es ja auch ein Bäschen auf mich, aber das ist hier schon nicht, dass ich jetzt sage, ja, den hätte man auch in der Zeit 80 Jahre zurückschicken können mit dem Gesichtsausdruck und mit dem, hätte man sagen können, der hätte da schon gut reingepasst in diese schwarze Truppe, ne? Ja, welche Überraschung, dass es dann Alkohol und Gewalt zu Hause gab, gepaart mit Neonazi, Hass gegen alle möglichen Menschen und Wut zu Hause auf Arbeitslos, auf Staat, auf Menschen lässt man dann an der Familie aus. Ach, ja. Ist, ist jetzt keine Überraschung, ne? Hass macht hässlich. Es ist einfach so. Es ist so. Hass macht hässlich. Mir tut es halt leid auch für die Familie und hier ist auch jemand gestorben, ja. Aber, wenn ein Zehnjähriger beschließt, seinen Vater zu erschießen, da war nicht nur so, dass man sagt, der wurde mal angebrüllt zu Hause, dass er zu laut Musik in seinem Kinderzimmer hatte, das reicht mir einfach nicht. Aber das ist meine Interpretation und die ist natürlich voll, voll fehlerbehaftet wahrscheinlich. Ja, Both Joe und Christina zusammengeschlagen, zu vermöbelt. Ja, Neonazi-Lieder. Only whites in Amerika, dann wird alles gut. Und wenn wir nur noch Weiße sind von mir, dann macht euch keine Sorgen, dann werdet ihr nicht mehr zusammen gemöbelt. Und jetzt kommt hier ins Wohnzimmer, jetzt gibt es erstmal Klatsche. Ist halt, wenn du jeden Tag Hass und Wut atmest, du lässt es irgendwo aus. Selbst wenn du dich unter Kontrolle hast und lässt es nicht an der Familie aus, irgendjemand kriegt es. Ich kenne mich aus. Irgendjemand wird die Wut bekommen. Ja, irgendjemand wird es abkriegen. Young Joseph told police that he decided to kill his dad to quote end the son versus father thing did he describe what the... ist dieses Ding zu lösen zwischen mir und meinem Vater, weil ich ihn körperlich unterlegen bin, weil ich zusammengeschlagen werde, dann zur Waffe greift. Ich tue mich da... Hier ist jemand gestorben, ja, weiß ich, aber ich fühle hier irgendwie den Sohn, ne? Ich fühle hier den Sohn. Ja, gestorben ist ja keiner, ermordet heißt das, ist das, ja, Tod ist Tod. Ist dem Toten glaube ich egal, ob man sagt, er wurde ermordet oder er ist gestorben, aber ich weiß, was du meinst. Es kommt aber darauf an, wie du erzogen wirst, ne? Andere Kinder, die vielleicht Gewalt zu Hause erleben, die wachsen nicht auf als Border Patrol mit anderen Neonazis, mit Waffen und Schießtraining, was weiß ich, irgendwie sowas. Und wenn man dann sein eigenes Kind quält, knechtet und zeigt ihm, wie man mit Waffen umzugehen hat und wie man sich von Leid befreit und der Papa sagt auch, wir müssen uns irgendwann mit Waffengewalt gegen alle Nicht-Weißen in den USA stemmen, Waffen ist das, ist die einzige Lösung, ist ja irgendeine Solution. Ja, das hört so ein Kind sich zwei, drei Jahre an. Wenn man was beendet, dann mit Waffengewalt. Das ist für mich, das ist zwar jetzt wirklich Hosentaschen-Psychologie, aber kann man sich ein Bild draus machen, oder? Oder geht ihr denen nicht mit? Also für mich ist das, ist das hier, ich kann mich schon gut vorstellen, dass das immer so gesappelt wurde und dann nimmt so ein Kind das auch auf. Okay, wenn man was beendet, dann einmal ordentlich. Als die Polizei begann zu spüren, haben sie herausgefunden, dass little Joseph ein volatile und violente Kind war, der aus vielen Schulen wurde, um die Studenten und die Staben einmal näher zu einem Lehrer mit einem Telefonkord. Mike Beldon. Ja, 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 es tut mir leid, kein Kind wird geboren und beschließt mit acht, neun oder zehn Jahren einen Lehrer mit dem Telefonkabel zu erdrosseln, andere Kinder das ist Sozialisierung aus dem Elternhaus. Ja, das ist, das tut mir leid für die Opfer, denen das da passiert ist, aber hier funktionieren natürlich Mechanismen in Amerika nicht oder auch in Deutschland nicht oder in anderen Ländern der Welt, dass sich Jugendamt, Fürsorge, wenn solche Dinge passieren und dass man in den USA ist, ist es wahrscheinlich nicht erlaubt, weil die politische Meinung der Eltern nicht mit einfließen darf, ne, dann kommt da Jugendamt nach Hause und dann sagen die, ja, ha, Hitler und dann sagen die, okay, das ist ihre Meinung, kein Problem, und dass Gewalt weitergegeben wird, ist nun mal Fakt, dass, ja, und als Kind siehst du halt keine andere Möglichkeit, wenn du halt die ganze Zeit siehst, wie deine Mutter und Geschwister verprügelt werden, keiner macht was, dann fühlst du dich machtlos kommen, das ist mir das, irgendwas an der Tick eine Zeitbombe, God of Chaos, ja, ja, ist jetzt für mich keine Überraschung, von der Zeit, wo er geboren wurde, was du meinst, er hat absolut keine Überraschung von Konsequenzen und Effekt, Boah, Boah, Oma, Oma, seitdem er geboren wurde, war der Junge einfach böse, weißt du, wo der reingeboren wurde, du, weißt du, wo der reingeboren wurde, der wurde in eine gewalttätige Neonazifamilie reingeboren, der wurde auch nicht geboren und war böse, das kannst du dir doch nicht ausdenken, das kannst du dir nicht ausdenken, ist doch, Boah, mein armer Sohn, mein armer Neonazisohn, der hat ja, der hat ja einfach nur keine Arbeit gehabt, deswegen musste er die Familie doch schlagen, versteht das doch keiner und dann musste er halt Neonazi werden und musste dann über die Karte auf der Straße wollen, versteht ihr das nicht? Boah, was für eine, was für eine, was für eine ekelhafte Person, was für eine ekelhafte Person, der Junge hat Schuld, der wurde einfach so geboren, der wurde einfach so geboren, Böse, von Anfang an Böse, ja, mein Enkel war böse, aber ich habe in meiner Erziehung eines Nazis nichts falsch gemacht, genau, Nikolas, genau so, wow, was für eine ekelhafte Person, ei, 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 Aber auch hier immer nicht die Nachfrage so von Reportern, es ist nicht, jeder ist einfach zum Reportersein geschaffen, ich bin auch kein Journalist und kein Reporter, ich will es auch nicht sein, ich bezeichne mich auch nicht als das, ich bin jemand, der über Werbung ZEK Plus verkauft, Dankeschön, Leute, falls jemand das supporten möchte, Werbung mit Philipp 10 bei ZEK Plus, Dankeschön, Iris geht raus, Dankeschön für den Support von euch allen, Dankeschön, Grillzeit, Leute, 20 Grad draus, checkt mal, wie ich beendet es aus, gibt es geilen Kram mit Philipp 10, checkt das mal aus, Leute, und da gibt es natürlich dann auch Rabatt, und bei King unter den Kongs gibt es das Buch und eine Tasse, hier könnte mein Logo drauf sein, wenn man das bestellt, NFL, ich denke, das ist John's Tast, und ich trinke muss diese NFL, und ich weiß gar nicht, wie NFL geht, und natürlich bei extremistlos.de kann man sich informieren über unsere Vereinsarbeit, Dankeschön, alle, die ein Abo machen bei Twitch, Kanalmitgliedschaft, bei YouTube, Dankeschön, das ist ein kleiner Support mit 99 Cent oder 1,99, und unterstützt unsere Arbeit, vielen lieben Dank, ja, ja, gute Reporter stellen auch unangenehme und kritische Fragen, und hier müssen wir auch mal einhaken und sagen, okay, also, also, ihr Enkelsohn wurde, wurde böse geboren, und ihr Sohn war immer ein guter Mann, ja, was sagen sie dazu, dass der Gewalt zu Hause, das ist mir manchmal so einfach so unglaublich, unglaublich oberflächlich, und das ist so, das ist so schade, dass das so stehen gelassen wird, ähm, hier, und Oma ist hier, äh, absoluter Abtörner. Well, but you know, I wasn't surprised by it, I just somehow felt it could always happen, but I thought it would be when he was older. Would this have happened, if Jeff had not become a Nazi? I think so. Probably later. Boah, ist das, boah, die ist einfach, äh, die ist einfach nur, äh, nur ätzend. Also, ich bleibe dabei, ich arbeite mit vielen, vielen jungen Menschen das ganze Jahr, ich lerne, ich lerne hunderte bis tausende junge Menschen kennen, viele Dutzende im, im längeren persönlichen Gespräch, oder in längerer Arbeit. ähm, Kinder werden grundsätzlich nicht böse geboren. Kinder werden nicht böse geboren. kein Kind plumpst aus, aus seiner Mutter raus und ist sofort böse und ist die Reinkarnation von Satan und der wartet nur drauf, irgendwann Mama und Papa zu erschießen. Also, wer sowas verbreitet, der kriege ich einen Bürgereiz. Ich arbeite auch mit gewalttätigen, jungen Menschen zusammen und immer, wenn wir in die Familie reingucken und dann gibt es mehrere in unserem Modul, im Antige-Walt-Training, gucken wir in die Familie rein. Da ist immer irgendwas in der Familie los gewesen. Es ist immer so. Also, unglaublich. Ja, also, ähm, äh, ja, tut mir einfach leid für diesen jungen Mann, für diese Familie und, ähm, wenn Oma schon so ist, dann will ich gar nicht wissen, wie ihr Sohn war, auch, äh, Ja, wenn Papa selber einfach ein gewalttätiger Neonazi ist, der säuft und seine Kinder schlägt, kann der nicht rausfinden, warum sein Sohn nicht funktioniert. Der Sohn funktioniert nicht, weil du nicht funktionierst, weil die Familie nicht funktioniert, deswegen funktioniert der Junge nicht. Wie doof kann man denn sein? Wie doof kann man denn sein? Und diese Reporterin regt mich mit auf und die Alte regt, die Oma regt mich auf und der Nazi-Papa regt mich auf und die Nazi-Alte, die Kindergeburtstag mit Torte feiert mit Nazi-Kumpels nach einer Versammlung von NSM regt mich auf. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, der Nazi-Vater hat seinen, hat seinen randalierenden Sohn nicht in den Griff bekommen. Ja, ach, nee. Ach, nee. Max in Heat. Ich habe auch viel missgeboren, habe nach einem Grund meines Fehlverhaltens gesucht. Meine Freundin hat mich die ganze Zeit daran unterstützt. Nach Jahren sind wir darauf gekommen, dass es meinen Elternhaus zu tun hat. Ich habe das Gespräch in Frieden gesucht und meine Eltern blocken das konsequent ab. Es geht nicht mal darum, wer schultert, sondern um die Ursache zu rücken. Seid meine Kindheit, die schlechte Seite in mir weg. Es ist Wahnsinn. Und es ist so. Und Leute, jeder Therapie, wer mal Lust hat, auf Therapie zu machen, do it. Do it. Machen. Machen. Ach Gott, oh Gott, regt mich das auf. Ja, Martin McFly. Offen Waffen rumliegen lassen, wer ist genau schuld, ja. Aber es kann ja nichts an der prime-arischen Familie liegen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, sure, Tina, ja. Alter, wie unreflektiert kann auch eine Reporterin sein? Der Vater sagt, er schleppt den Jungen mit an die Border Patrol. Wahrscheinlich sogar mit einer Waffe und darf da rumballern. Und wir jagen heute Menschen. We are going on a manhunt. 100%ig hat der Vater gesagt manhunt. Und wie der Mexikaner bezeichnet hat. Und dass das, wenn der Psyche was macht und dass es dann um Waffen, Gewalt, um Feuer oder sonst irgendwas geht, das kann doch kein Mensch. Wow. Wow, 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 wow. Ja, 24 Professionals schreibt, im Jahr 2000 wurden ungefähr 9% der Morde weltweit von Jugendlichen unter 18 Jahren begangen. Das ist ein gesellschaftliches Problem und nicht allein das Elternhaus ist. Ich glaube trotzdem dabei, wenn man in einem liebevollen Elternhaus aufwächst, ohne Gewalt, mit Perspektive, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung und Halt, dass diese Kinder nicht losgehen und morden. So einfach ist das. Da bleibe ich bei. Punkt. Kann gerne jemand mit mir lange darüber diskutieren. Wenn es gute Unterstützer-Systeme für Kinder zu Hause gibt, kann natürlich trotzdem was falsch laufen. Aber wenn man achtsam ist für seine eigenen Kinder, werden sie nicht auf einmal mit 15 oder 16 zum Mörder. da lasse ich gar nicht. Das ist für mich klipp und klar. Wenn in der Erziehung alles einigermaßen normal gelaufen ist mit den Unterstützer-Systemen der Eltern und besonders Liebe, dann wird man nicht einfach so zum Mörder. Nicht nur am Elternhaus, habe ich nicht gesagt. Es ist ein Misch aus, natürlich, dass es auch gesellschaftliche Probleme gibt. Aber Elternhaus spielt schon in der Sozialisierung, würde ich sagen, die primäre Rolle. Also er war nicht vorprogrammiert. Das ist ein bisschen unklar jetzt hier, finde ich. so einfach ist es. So einfach ist es. der Erste, der hier einen tollen Input gibt, die Reporterin. Naja, komm, vielleicht kennt sie jemanden im Sender. Genau, er wurde da sozialisiert, er ist in diesem Haushalt aufgewachsen und man hat nichts anderes gelernt, als das so auszuleben. Streichholz und Explosion, so einfach ist das. Oma hat sie vier Kinder bekommen. War seine Frau sich schuldig? Boah, dann noch den Enkel oder Sohn da im Knast zu besuchen, das ist doch, ich weiß das alles nicht, das ist so, ob das so hilft. Ich bin gespannt, was jetzt hier Politik noch mit den Eltern und Kindern ist. Oma hat die Kinder und die Mutter hat sich natürlich schuldig bekannt, die Waffe irgendwo rumgeliegen zu lassen, wurde dann sorgerecht entzogen, dann aber zur guten Oma. Ei, 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 ei. Do you feel any obligation to teach them about Nazis? They're being raised conservative Republican. Conservative Republicans, yeah. We need more of those in California. But what about Nazism? It's gone. For this family. Joseph? Oh, uh, schwer, 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 was hier dann da nur übrig ist zu konservativen Republikanern, was immer das heißt, mag ich jetzt hier nicht deuten, dass das Neonazism da draus ist. Schwer, schwer. Joseph awaits trial incarcerated at the county's juvenile hall, where he celebrated his 11th birthday. Whatever his sentence, he will likely be released by the age of 25. Ich meine gelesen zu haben vor dem Stream, dass er, ähm, dass er mit im Jahr 2025 spätestens entlassen würde, würde mich mal interessieren, ähm, ja, wie ist eure Meinung dazu, äh, in kurzen Sätzen, ähm, ähm, würde mich mal eure Meinung dazu interessieren, mit 10 schuldfähig in so einem Haushalt aufzuwachsen, da bringe ich schon meine Meinung mit rein, ähm, wie steht ihr dazu, den 10-Jährigen da, äh, zu, äh, zu, äh, zu 15 Jahren Haft zu verurteilen? Ich war so da noch mal drei, vier Antworten ab, Restless, Abwitzkinder in den Knast geht überhaupt nicht, eine Therapie wäre sinnvoller gewesen, 1, 4, 3, Bronco, Dendry, 91, Quatsch, was soll das bringen? Lemmingrad Cowboy, der Lütte gehört mit 10 eine gute Pflegefamilie in den Knast, 2,2, mit 10 Jahren, mit dem Hunde gehört ich vermuten, dass der Junge nicht wirklich schuldfähig ist, Draco, 92, God of Chaos, nur auf jeden Fall nicht, der Junge braucht Hilfe von den Menschen, die sich mit ausgehen und ihm helfen, den Knast radikalisiert er sich doch nur noch mehr, ja, Benny, Benny 60, geht nicht, der Junge weiß bestimmt nicht, was er falsch gemacht hat, Eddie, 81, vor, Knast, Kurs, Pleasure Therapie, Gunning mit 10 ist nicht schuldfähig, Punkt, der kommt bestimmt noch schlimmer aus als vorher, der braucht Hilfe und nicht Knast, Baltik Nixe, ja, sehe ich genauso, kann ich so unterschreiben, ich glaube auch, dass ein 10-Jähriger, der den Schritt eingeht und dann sich dann unter der Decke versteckt, dass der raus muss aus der Familie, die Kinder hätten auch nicht zu Oma, wir sollten einfach so von meinem schätzen, aber ich bin hier kein, ich bin kein professioneller Mitarbeiter beim Jugendamt oder Psychologe oder Psychiaterin, irgendeine Konsequenz hätte es gebraucht, aber ob das hätte sein müssen, Nikolas, ja, Konsequenz auf jeden Fall, da bin ich auch ein Freund von, raus aus der Familie, vielleicht auch in einer Art Besserungsanstalt, so komisch das klingt, mit therapeutischen Möglichkeiten, aber ob man sagt, jetzt jemanden 14 Jahre wegzusperren, wir reden immer noch über den Mörder, ja, weiß ich, aber Umstände werden auch in Deutschland beachtet und sicher auch in den USA, aber, ja, aber Oma will ja Gerechtigkeit für ihren Sohn, ja, mehr brauche ich nicht zu sagen, vielen lieben Dank Leute, dass ihr mit dabei wart, ich hoffe, euch gefallen auch die englischen Dokus, die wir zusammen machen, sag mal was dazu, dann bleiben wir dabei, weil da gibt es richtig viel geilen Kram, den wir machen können, ich habe mich immer davor gescheut und habe gedacht, so finde ich Leute scheiße, aber ich habe da einfach Spaß dran, weil wir da mal über den Tellerrand rüber gucken können und immer diese Verbindung, wie gesagt, mit dem National Socialist Movement hatte ich auch viel Kontakt und, ja, deswegen würde ich diese Dokus gerne mit euch machen, und vielen lieben Dank für euren Support Top, Englisch ist super, weitermachen, Dankeschön, ich glaube das auch, das tut uns allen gut, erfrisch und unser Englisch ein bisschen auf und, ja, ich verbleibe, wie immer mit einem Dankeschön und natürlich mit einem Ahoi von der Küste. Ahoi